so die überraschung war perfekt jetzt natürlich nicht gewusst wo man hat sich auch mega drüber gefreut aber jetzt weiter laufen wird das so geil wäre es so geil dass wirklich weder ist der wahnsinn haben wir keine einzige wolke am himmel schauen wir mal die einzige wolke der kanal wird sich auf jeden fall verändern mir macht das vloggen immer mehr spaß so wie ihr das seht so ein bisschen bessere schnitte timelapses drehen einfach ein bisschen kreativer zu sein als wie nur das reine fitness ding natürlich ist mir fitness auch nicht sehr so wichtig fitness ist meine leidenschaft deshalb wird das auch fitness inhalte auf dem kanal geben aber das wird sich jetzt ein bisschen ändern es wird mehr vlogs geben so in dieser art weil das einfach mega spaß macht sich so kreativ ausleben außerdem möchte ich meine schnitt skills verbessern wie ich eh schon mal gesagt habe es ist einfach mega geil wenn du dann siehst so hast du das gefühlt und jetzt hast du zusammengeschnitten und es schaut so aus es ist einfach viel viel geil aus wie einfach nur ein theorie video vom fitness sachen zu machen das zwar auch macht mir auch spaß aber nicht so viel spaß ist wie jetzt hier eben so ein vlog abzudrehen auch wenn die leute da da drüben gerade extrem mich extrem drum anklotzen weil ich hier mit einer starttür rede ich stehe vor einer starttür aber ist mir egal scheißegal weil mir macht spaß deswegen ist mir scheißegal was andere leute davon mir denken ich gehe jetzt bringe das gerade beim laufen habe jetzt hier gerade einen kurzen stop eingelegt und dann genießen wir das schöne wetter ich besuche jetzt meine freundin auf der arbeit werde jetzt da mal hingehen bzw hinlaufen so circa fünf vier fünf kilometer entfernt und dann am abend besucht mich dann noch ein freund ein sehr guter freund aus australien den ich auch in australien getroffen habe mit dem ich früher fußball gespielt habe den ich dann wieder in indonesien auf bali getroffen habe und ja der besucht mich jetzt in wien bin schon gespannt habe ich ihn schon länger nicht mehr gesehen wir gehen dann zusammen trainieren freue mich schon mega drauf wird bestimmt sehr sehr coole zwei tage zwei tage so hier und ja habe ich ihn quasi jetzt schon auf drei entschuldigung auf drei kontinenten getroffen die hälfte ist geschafft übrigens das alles ist nur mit dem handy aufgenommen ich finde wahnsinns qualität für das das nur handy ist also echt sieht man eigentlich keinen unterschied zu einer spielreflexkamera fast also echt sehr sehr geile qualität auch die audi qualität so die überraschung war perfekt jetzt natürlich nicht gewusst hat sich auch mega darüber gefreut aber jetzt ich gehe erstmal weiterlaufen das wetter ist so geil das ist wirklich das wetter ist der wahnsinn hammer keine einzige wolke haben wir schauen wir mal schauen wir mal blöde schlucker wenn eines nervig ist dann ist auf jeden fall ein schlucker ich bin jetzt langsam verzweifeln heute schon alle möglichen tricks ausprobiert an drei nach dem menschen gedacht an drei platzköpfe gedacht so schnell wie möglich geschluckt welche tipps gibt es denn noch um so schnell wie möglich ein schluck auf ein schnackl loszuwerden also jetzt bestimmt schon seit 15 minuten oder so da geht einfach nicht weg ich sehe das auch immer so extrem sobald das wetter geil ist sobald die sonne da ist fühlt man sich einfach viel besser und so ein tag ist heute ist es mega mega sonnig ist es so unglaublich geil es macht so spaß hier draußen zu sein das laufen war mega geil ich bin übrigens acht kilometer gelaufen habe dafür keine ahnung 45 minuten oder so gebraucht habe jetzt nicht ganz genau auf die uhr geschaut aber es war mega mega geil jetzt gehe ich nach hause machen wir was zum essen ich hoffe der vlog hat euch gefallen lasst mir ein like da lasst mir daumen nach oben da lasst mir kommentare da abonniert mich empfehlt mich weiter teilt das video schreibt es mal wirklich in die kommentare was jetzt davon hält dass der channel bisschen umstrukturiert wird weil man merkt es einfach mir macht es viel viel mehr spaß das ist jetzt momentan gerade irgendwie mein ding ich möchte es unbedingt ausprobieren und deswegen schreibt es mal in die kommentare was sie davon hält würde mich sehr sehr freuen vielen dank fürs zuschauen leute ciao ja 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 ja